Ich muss ja nicht raustippen. Wo ist die Überlegung? Ok, ja. Es gibt ein Achievement für 2.000 und 4.000. Na da. Ja. Ok. Ich markiere einfach alle, die ich jetzt da unten stehen habe. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 x 400 plus ungefähr 600. Also ungefähr 4.500. Ein bisschen mehr. Ich markiere sie einfach mal. Attacke und mitten rein. Mit DE Sport, oder? So. Dann zieht zu und stirbt. Alter. Ich auch nicht zu. Ja. Ey, die halbe Armee von dem, die ist ja... Ja. 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 Das sieht aus, als würde ich gewinnen. Ich habe ja da oben immer noch mal so viele Einheiten... Ja, nicht noch mal so viel, aber... Da kann mal 1.000. 1.500 drüben stehen. Oh, leute. Stehen bei mir auch noch mal... ein paar. Ja. Tausend Einheiten sind schon weg von mir. Ich sammle jetzt wieder ein paar Männer. Ich helfe dir mal. Mit einer Hand voll Einheiten. Du. 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 Oh ja, ich seh's Ich hab einfach mal 21 Millionen Nahrung Danke scheiß 12 Millionen Holz, 15 Millionen Steine Wir sind die zweite Blockflöte von den Blockflöten Ich glaub, es ist meine Männer da, die haben sie schon davon Muss nicht sein Oh, wahrscheinlich, ja Musketiere, ne, Grenadiere sind's Grenadiere, 65 Nahkampf, 30 Fernkampf, 125 D Wie kann man jetzt nochmal die Bauern rausmachen mit Steuerung, oder? Äh, mit Steuerung machst du immer einen Teil raus und mit Shift kannst du mehrere aus deinen gewählten Äh Ja, ich zeig dir, was ist hier Reapers on the mountain, hab ich grad freigeschalten, hätte es auch umgeschafft Was, was musstest du dafür jetzt schaffen? Keine Ahnung Ah, nice Warte Ja, ich glaub, ich hab 50 seltener angehoben 50? Warte, irgendein Player, der hat 50 Ich hab die Was, machen die Switch Cosanks in das Kurs auf ein Singletích Im gonna Check ich aufer H lot He-h-h-h-h-h-h-h-h-h He-h-h-h-h-h-h-h-h-hhh sag das doch gleich ich habe ja noch mal zwei von davon verstärkungen Leute bei mir sind gerade 6 1000, 1400, 1600 ach keine ahnung viele männer und darunter sind auch 4000 bauern so ungefähr ach so du holst deine bauern auch ach so du hast insgesamt 2.000 ich habe so circa 6000 männer hingeschickt und 4000 davon sind bauern ja mein ich schickst deine bauern mit hin ne ne die müssen arbeiten ja das sieht so näher aus wie viel habe ich jetzt noch 800 ja mein 5000 habe ich ungefähr nach 1000 rechts bauern auch rechts bauern auch irgendwo eine mine noch ah victory nice erhungenschaft dreigeschaltet drei erhungenschaften bekommen backspace die sachen von der spiele nach hinten aus nochmal schnell lol ich hatte 6000 musketiere die ich produziert habe und hab 5000 verloren 4000 dragoner verloren ja du hast welche guck mal bei mir ähm alle ressourcen rein das ich produziert habe ja da hatte ich auch jeweils nur eine mine oder so gold hatte ich drei oder vier aber nahrung ist halt pervers nahrung holz und stein bogenschützen 9600 bogenschützen ja warte mal wo sie wo siehst du das ach so ach so schmacht der verlorenen einheiten ups ja läuft bei mir kann man da nicht scrollen irgendwie aber die haben gar nicht so viele einheiten verloren ok der pinke der pinke der hat fast 9000 von diesen pandur viechern der hat gar nicht kassiert ja warum halt nicht scrollen kann aber wenn ihr mal schaut was die produziert haben die konnten ja gar nichts bauen wie wie hätten die denn was bauen sollen der eine hat schon produziert aber die anderen halt teilweise gar nichts naja ja ressourcen halt ach so der eine ist ja recht am anfang gestorben ja also ich bin dann mal raus ja ich zack doch mit ein paar anderen leuten also so so